meine damen und herren hallo herzlich willkommen zu dies keiner folge ja problematisch neues schlauchungssystem betraf alle super bis jetzt nicht multiplayer ready und der wird dann was wir noch am fluss wieder auf ja ja wo sie näher hier noch also da drüben auch weil sie jetzt nicht aber ich war der meinung hier war irgendwann irgendwo eine halle oder ein stall und hier waren aber irgendwann mal irgendwo kälber wohlgemerkt es waren kälber das ist noch da aber wir haben noch käse immerhin also das ist ja und jetzt der ist ja und der gt ist auch noch da also kann ja riesig weiterarbeiten also seht man warum ist der ding leer der vor dem schwung ja ist eine gute frage kann ich ja und ich kann auch ich bin ein bisschen davon keine ahnung es ist sehr mysteriös hier ich hab jetzt schon wieder kaputt mehr also heute ist es ist sehr interessant hier also ja das ist noch alles das ist es sein soll ich fahr mal kurz rum weil mir interessieren ob alle noch irgendwas fehlt oder ob das alles war ich komm halt nicht mal drauf aber ich hab's installiert und alles es steht in rot verfügbar da ich hab's ja auch stark stark ist auch weg die kuhweide oder was das ist noch da sehr interessant die jahr ja Jaa, bloß. Hm? Pumpten-Hosed-Attack, es ist sowas noch spiegbar, aber irgendwie doch nicht, weil es ist gut markiert. Wo, bei dir zum Downloaden, oder? Es ist runtergeladen, natürlich. Schwierig. Nicht im Match, jetzt ist der Punkt gerade weg. Ein Händler scheint bis jetzt auch noch da zu sein. Jaa, der ist auch noch vollständig, hier stehen noch unsere Big Packs. Der Händler ist auch noch da. Dann schauen wir nochmal den einzigen Ding, ob der Viehhändler noch da ist. Weil der hat auch irgendwie viel zu tun. Das ist doch nicht. Ah ne, jetzt starten wir. Der ist auch noch da. Also soweit ist noch alles da, so wie es vorher auch war. Nur halt, dass wir ein paar Sachen am Hof sind halt. Hm. Ah, hier ist ein Tank hinten. Wirklich, so wie ich mir immer sag, dies bohren euch. Auf jeden Fall sehr interessant. Hm. Jetzt hält der. Was ist denn das? Das ist aber eigentlich kein Online-Code, was ich habe, aber ich probier mal was. Meine Achse ist... Ah, geht wieder mit der Achse. Joa. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Kann man, kann man nichts anderes sagen, ja. Ich würde mal sagen, da hat sich irgendwas mit dem neuen Update nicht so ganz vertragen. Weil was das ist. Sehr gut. Sehr gut möglich, ja. Die, 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 die Stelle und so. Belangt hat. Joa. Bin ich super. Einser tipptopp. Ah, ist gut. Ja gut. Hm. Also wir könnten halt ein Update unterlassen. Für die LS? Nee, für, 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 für das Verlaufungssystem. Ja, das habe ich schon. Direkt nach dem, direkt, direkt nach dem, installieren ist, äh, ist, äh, LS gestartet. Dann dieses Update-Fenster aufploppt. Ja, kann schon ein Update machen. Update gemacht. Echt jetzt, warte mal. Mhm. Aber das, bringt trotzdem die Hoffnung. Ja. Hm. Sollen wir jetzt sagen. Schwierige Situation. Also, ja. Hm. 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 Hm, mein Malheur. Ist wohl ja auch. Ah. Unangenehm. Ich schau mal. Im Singleplayer nochmal rein. Na, gucken wir mal nochmal. So, dann gucken wir mal nochmal im Singleplayer rein. Hm. Im Singleplayer, ob da irgendwas da ist. Ich denk mal nicht. Aber mal kann sie versuchen. Ne, ist gar kein Hofmittag. Hm. Ich find's schön. Ja. Eins auch. So, wir starten. Gespawnet. Nö, sind wir doch mal leer. Was? Immer noch leer. Jo. Hey, 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 hey. Hab wir auch denken können. Ja, gut. Aber hz, hz, äh, hz. Das ist auch geklärt, nur ich. Neu auf Bergmann Abfahrt. So, dann. Also, wenn wir's kurz nachguckt, kann man mal herziehen. Zack. Es gibt Extrick für, äh, Sinstark 9.52 erschienen. Extrick für PAM, äh, Hoses DET. Verschlafungssystem. Ja, gibt's Extrick ein neues Update. Von der, äh, Bergmann 1.0.02. Das ganze kurz mal runterladen. Und dann müsste das ganze Zeug auch funktionieren wieder. Beziehungsweise, das heißt funktionieren, wieder da sein. Ja, das machen wir jetzt mal. So, nachdem der, vorige Versuch mit dem alten Spielstein, wie man's natürlich von Bergmann und so schon kennt, natürlich nicht geht. Neue Version, das heißt, auch, neuer Spielstein muss her. Äh, ja. Es ist, wieder ein wunderschön gewordenes Bild. Unser Schweinestall ist wieder da, wo er hin soll. Genauso wie da hinten auch die Halle. Äh, da drüben ist auch, äh, 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 Null. Also, Spielstein, Start, Start. Zustand. Ja. Aber wir haben ja so ein wunderschönes Tool namens F12. Damit können wir schon mal immer unsere Felder wieder so herstellen, wie sie waren. Und, Ballen, hat man eh so gut wie selber nichts. Wir haben gleich Heuer eingelagert. Das kann ja auch wieder herstellen. Ja. Nimmt, wieder etwas Zeit in Anspruch. Aber, was willst du denn machen? Es läuft ja nacheinander hin wieder, ne? Ja, Schade, wie ihr seht, habe ich auch schon wieder eingefügt. Das passt also auch wieder. Oder was heißt Schade, Color Grading ist ja. Ja. Äh, dann. Also, wir haben jetzt Stand, was jetzt heute ist. Sonntag, den 2.10. Um halb 3. Ja, fast 3.25 Uhr nachmittags. Die Folge, was jetzt davor noch gekommen ist, die haben wir ja schon vorproduziert. Das heißt, die ist schon eine ältere Folge. Das heißt, bis Mittwoch habe ich Zeit, das Ganze hier einzurichten. Montag ist der Feiertag. Dann war Feiertag, wenn das Video kommt. Äh, Tag der deutschen Einheit. Und, ja. Dann, sehen wir uns. Wir kommen bald in alter Frische wieder auf dem 1.0.0.2 Bergmannspielstand. und bis 3. Macht's es gut. Wir sind Farmers. Wir sind Farmers. Farmers, wir. Wir sind Farmers. Farmer's away